Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ich bin's wieder, euer lieber Gatsu, und heute spielen wir mal mit der Gang zu einer Runde Among Us. So, jetzt geht's los. Besatzung. Haben wir vielleicht eine bestimmte Rolle? Unsere Rolle ist Besatzung. Gut, dann haben wir hier gleich ein Weapons, ein Download. So, das kommt jetzt hier noch hinten wieder los. Und das war's schon, gleich wieder der erste Tod. Formwandler. Also entweder ist es jetzt Kingzilla oder Christian. Nee, es ist Kingzilla wegen der weißen Formwandlerblase. Loxi, Loxi, du hast ihn gesehen. Loxi, 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 du hast ihn da weggehen sehen. Loxi, eine Leiche liegt hier. Loxi, mein armes Hünnchen. Ja? Dankeschön. Loxi, du hast ihn lost, du hast ihn weggehen, Loxi. Äh, warte. Christian? Ich sag, ich sag, nicht, Gott, ich war ja, es war ja, es war ja, es ist ja Kingzilla, ich Olá ist ja, ich war ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du bist mir von oben in Cafeterio bis mir entgegengekommen. dann ist es dann müsste es ein vormandler sein ich würde sagen dann das christina ist weil wir haben sie nie gesehen ich war in electrical und da war christian nicht ich war gerade hochgelaufen denn ich habe mich nicht in der nähe gesehen ganz am anfang halt mit mir laufen gesehen habe bis die communication kaputt war dann seid ihr beide dahin gegangen und dann war ich halt im netzmittel habe halt meine zwei aufgaben gemacht bin halt zur admin gelaufen dann bin ich so ganz begegnet und dann wurde sofort reporten deswegen würde ich sagen es ist halt wirklich das war so auch kein auch mal man klingelt ich habe die vertrutt ich habe die vertrutt ich hab die vertrutt ist ein verräter deine rolle ist besatzung so dann gehen wir mal nach rechts und ich habe keine aufgaben rechts dann gehen wir nach unten den k2 easy peasy lemon breezy dann weiter nach communication arbeiten wir uns mal nach rechts nach links vor das war doch also christian Nee, Grego. Hallo, Killer. Hallo, Grego. Killer, du Sosibaka, geh mal raus hier. Ich verdroh dir nicht. Grego vertraue ich, der ist sehr überzeugend mit dem, was er tut. So, er ist mir gerade kurz hinterhergerannt und wieder weg. Okay, er ist wieder zurückgekommen. Dann starte ich mal den Reaktor. Und wir haben einen Toten. Bei Security. Dreck von Eingang. Es ist Killer, es ist Killer. Ich habe Killer gerade noch mit Gruganto weggehen sehen. Ja, ich bin mit Gruganto hochgelaufen, zur Konfeteria. Er wollte gerade reporten. Du warst nicht da. Ich habe niemanden unten gesehen. Ich bin weggelaufen. Ich bin beim Waffen hingelaufen und dann bei Navigation. Ich bin gerade bei Navigation bei dieser einen Aufgabe, wo man dieses, ich weiß nicht was es ist, dieses Ziel in die Mitte machen muss, dass man da hinfahren muss. Aber ich habe das nicht gecheckt mit dem Pad, wie man das macht, weil irgendwie ist das viel zu schnell bei mir. Ich glaube trotzdem, dass du bist. Ich habe, das ist mir gerade, du warst auch in Electrical gerade eben irgendwie richtig, er hat sich richtig Sass aufgeführt. Ich bin halt immer mit ihm gelaufen, ich bin halt immer mit ihm gelaufen, ich bin halt immer mit ihm gelaufen, weil, ja. Wo die Leiche von King's Hiller da war, muss nämlich nochmal Verkabelung machen. Ich kann das auch nicht. Ich würde sagen, dass Killer ist. Ja, ich war nicht schlecht. Ja, wir sind Meisterdetektive. Das ist auch. Lauen! Oh, scheiße. Ist doch nicht Meisterdetektive. Okay, okay, okay. Dann wieder. Pff. Oh, oh. Oh nein. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Und jetzt haben wir die Artkarte gezogen. Es ist Christian. Zieh durch, zieh durch, durchziehen, 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 durchziehen. Oh, scheiße. Oh nein. Es ist, oder es ist doch Elias. Es war Christian. Let's go. Super, Meisterdetektive. Klar. Ja, ich hab alle als dich getötet übrigens. Ja, ich... was? Ich hab alle als dich getötet. Du Monster. Du Monster. Was macht der denn bei mir? Mal gucken, was wir werden. Und deine Rolle ist Besatzung. Unter uns ist ein Verräter. Deine Rolle ist Besatzung. Erfülle deine Aufgaben. Wir gehen nach rechts. Wir gehen nicht nach rechts. Wir gehen nach oben. Oh, da hat einer das Licht ausgemacht. Muss mal gucken, ob wir einmal hier nach dem rechten sehen. Das ist Killer. Hab ich hier gar nicht mehr drauf? Doch, ich hab hier nicht mehr drauf. Get away from me, Killer. Ich mag mein Personal Space. Oh, ich hab hier ja auch ne Quest. Hallo, Killer und Loxi. Bei euch fühle ich mich jetzt wohl, weil wir hier zur Dritten stehen. Oh, ich hab hier aber noch ne Swipe. Swipe the card. Like a champ. Und da hat ja einer wieder das Licht ausgemacht. Christian hat das Licht wieder direkt repariert. Wo hab ich denn jetzt? Ach, da oben. Hä? Wo ist Kindzilla denn jetzt hergekommen? Und das war's mit uns. Und ich bin Schurzengel. Ah, das mach ich nochmal irgendwie so hier. Oben bei Upper Engine, bei dem Treibstoff. Christian war er bei mir. Und ich habe das letzte Mal, wo ich bei mir, wo ich Gregor gesehen habe, war bei Cafeteria. Und er ist bestimmt nach Antrieb oben gelaufen hat, da Gregor. Hä? Wer war gerade bei Electrical? Oder ist direkt vor dem Electrical Gang gewesen? Ich war, ich war, ich war, ich war in Electrical, aber das war noch vor dem Kill, so, weiß nicht, eine Minute. Da habe ich diese Aufgabe gemacht, 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 bin ich rausgegangen, aber ich bin dann abgebogen zu Lager. Ich bin jetzt bei Webis, weil ich musste ja da den Strom unten bleiben. Ich bin gerade noch bei Antrieb oben. Aber so viel ist... Er war bei Cafeteria und ich, ich habe ihn da zuletzt gesehen, er ist mit Antrieb oben gelaufen, hat bestimmt Katze getötet. Ich denke, das ist der Krogantor ist. So lange, wie das gedauert hat, ist... Ich war gerade bei Kleenex. Ich war... Es ist, äh, Christian meiner Meinung nach auch gewesen. Einer Meinung nach ist der Krogantor. Ja, okay, Krogantor ist das, nein, Krogantor ist safe, weil er, das mit Antrieb unten stimmt, das mit Antrieb unten stimmt, er war wirklich am Trieb, ja egal. Ja, ist der von oben aber gekommen. Okay, es ist doch nicht. Ihr habt den Falschen gevotet. Ihr habt mich gedoomt. Es ist Christian. Das haben wir schnell fertig gemacht. Ihr müsst ja sowieso keinen Cooldown haben. Ach, komm, verbindet das. Ich bin ein ordentlicher Flattermann gerade. Meine Quest habe ich erledigt, jetzt schütze ich euch. Wieso? Ich kann leider nicht spuken. Da bist du. Mann, verdammt nochmal, jetzt seid ihr alle hier. Was fliegt ihr denn alle hier so rum? Macht eure Quests. Oh nein, Killer. Oh nein, Killer. Oh nein, Killer, ich kann dich noch nicht beschützen. Ich kann das dann als Christian, muss ich. Wir sind Besatzung. Unter uns ist ein Verräter. Deine Rolle ist Besatzung. Erfülle deine Aufgaben. Ah, und dieses Mal haben wir was rechts. Ich bringe das Schiff auf den richtigen Kurs. Na, Doggy? Du bist ein Feini, du bist ein echter Feini, weißt du denn? Sogar selbst bei meinem Tod weißt du mir nicht von meiner Seite. Ich bin stolz auf dich. Wer ist das hier unten? Lock sie. Swipe the card, like a jam. Und weiter hoch nach... Oh, ich bin wieder nach Navigation. Christian, geh weg von mir. Du hast mich jetzt schon zweimal rumgebracht. Mach dich ab von mir. Really? 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 Wo war die gleiche? Wo war die gleiche? Ja. Neger. Also ich war gerade bei... Aber ich war gerade bei... Ich war gerade bei... Ich war zur Kingzilla war electrical, also ist somit safe. Ja, ich war nämlich Antrieb O unten. Und habe diese umleitenden Aufgabe gemacht. Und wollte ich zu admin. Ich bin gerade... Ich bin gerade ein admin. Ich muss gerade hier upload machen. er war nicht in der netzschüttel gar nicht in der netzschüttel gar nicht kann es nicht sein weil der ist ganze zeit am pen oder so besatzung unter uns ist ein verräter deine rolle ist wissenschaftler das war's mit den Asteroids. Wer ist hier? Irgendwer war doch gerade hier. Das Licht ist so aus, das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, gelb auf gelb, blau auf blau, rot auf rot und gelb. Ich bin Christian zuhaven. Gregor stand am Lager und in Edmund voll im Gang war die Leiche. Ich kann Christian zuhaven. Ich habe gesehen, ich war gerade in Cafeteria, also in Cafeteria und ich habe zu sehen, deswegen Türen zu waren. Also ich glaube nicht, dass es Gregor ist, war ja. Aber Gregor ist auch nicht in Cafeteria gewesen, der war in Lager. Die Sache ist, ich kann Christian zuhaven, ich habe das Scannen gemacht und ich musste den Ben sauber machen in Klinik. Ich sag, das ist Gregor. Ich war in Klinik und habe Probenerhalter gemacht. Christian, du musstest mich eigentlich gesehen haben. Ich habe das Scannen gemacht. Ich sag, Gregor ist safe, ich sag Gregor ist safe. Also wenn wir jetzt Gregor voten, dann er ist safe. Er ist nicht safe. Er ist nicht safe. Ja, aber wir testen wir. Ich vote gegen Silla, weil ich weiß, dass Gregor nicht safe ist. Äh, dass er ist safe, dass er safe ist. Ey, immer ich vote, ne? Ja, wen soll ich denn sonst voten? Mann, warum töten mich den Postlemmen als erstes? Aber tü- Oh, meine arme Hundi, der steht hier noch. Warum bist du glücklich? Ich wollte dir ein Leckerchen geben. Du hast immer um meinen Tod getraut. Und dieses Mal lachst du. Du lachst. Swap the card, like it clamped. Hier auch nochmal. Rot auf Rot, Blau auf Blau, Gelb auf Gelb und Pink auf Pink. Einmal richtig navigieren. So. Vielleicht sind wir fertig mit den Aufgaben. Und... Ah, aber ich hab hier noch was. Hm. Kommt, Gregor, du kriegst das hin. Ich muss wissen, ob meine Aufgaben sind. Ja, verdammt. Äh, Navigation. Ich war gerade, ähm, oben, vom Cafeteria zu Weapons gelaufen. Und dann, ähm, auf dem Weg nach unten für, ähm, Communication, äh, hab ich halt gesehen, wie, ähm, Kingzilla tot bei Navigation lag. Ja. Äh, Grogantor war bei Communications. Der Safe, ich würde sagen, dass er oben von Navigation gekommen ist, und hat Kingzilla mitgenommen. Ja. Ich würde sagen, dass Grogantor ist, weil das ist nämlich schon echt Sass. Christian, was warst du? Äh, ich war, ich war, ich war, ich war, ich war, ich war gerade ein Elektriker. Okay. Ich habe ihn gesehen, der hat eine Task gemacht, ich auch. By the way, ich bin gleich mit meinem Task fertig. Ja. Ich habe es auch gemacht, ey. Genau. Meine letzte Quest ist done. Dann spuken wir mal ein bisschen. Loxi, Christian, Grogantor und der Killer. Und mein Hund vor allem ist immer noch mega glücklich. wir sind besatzung unter uns ist ein verräter deine rolle ist besatzung erfülle deine aufgaben so schreibt die card like easy dann weiter zum scan doch ich bin ich mal nicht mehr so stolz auf dich du bist kein fein auch nicht mehr wo war die leiche Ein Klinik auf den Scan. Hey, er ist schon wieder als erstes Tod. Jesus, das stimmt ja als erstes. Ich bin nicht. Ich bin nicht. King Siddha is safe. King Siddha is safe. Ich bin in Edmund. Ich bin immer noch in Edmund. Ich bin gerade im Mad Bay und ich habe ihn auf den Scan liegen sehen. Der arme Dinger. Ich wollte gerade in der Nexus rein. Der macht gerade den Scan und wird da gekillt, aber ich habe noch jemanden wenden sehen. Ich bin gerade im Auslager raus. Ich bin gerade im Auslager raus. Ich bin gerade im Auslager raus. Und jetzt geh ich in den Elektrik rein. Ich geh, ich geh nicht. Digga, ich geh gerade... Ist dann blöd. Ich bin in Elektrik. Ich bin in Elektrik und mach gerade... Ich bin doch nicht in Elektrik. Ich war vor der Tür. Ja, und ich steh da am Nicht-Button und bin gerade runtergelaufen. Ich mach extra nicht das Licht. Ich bin gerade aus Lager raus. Ich würde sagen, dass Krisen ist. Weil wenn ein Killer den nicht gesehen hat, ist er schon irgendwie echt sass. Dann worte ich nicht. Dann worte ich nicht. Dann worte ich nicht. Oder du... Ich bin gerade oben im Mad Bay. Also irgendjemand wollte, dass Krisen... Äh, Gatsache, als er stirbt. Okay. Du bist schon wieder vor, dass ich dort bin, ne? Was, Doki? So, ich hab den Jam gescant. Jetzt speedrun ich meine Quests und wir haben verloren. So, das war's dann jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es nicht viel Spannendes zu sehen gab, weil ich ja eigentlich jede Runde instant gestorben bin. Aber wir machen bestimmt irgendwann nochmal einen Among Us Part. Bis dahin, cheerio! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!